Du hast keine Ahnung, oder? Oder wolltest du es nicht wissen? Dein Mann hat mir zwei Millionen Dollar gestohlen. Hier geht es um mein Leben! Hier geht es um mein Leben! Und weil es um mein Leben geht, geht es jetzt auch um deins. Heute Nacht ist etwas Schlimmes passiert. Mr. Mulligan, Ihre Familie hat seit vielen Jahren mit Harry zu tun. Ich brauche Hilfe. Ich kann da nichts machen. Unsere Männer kommen nicht mehr zurück. Wir sind auf uns gestellt. Mein Mann hat mir die Pläne für seinen nächsten Job hinterlassen. Ich brauche eine Crew, um das durchzuziehen. Warum sollten wir dir vertrauen? Weil nur ich zwischen dir und einer Kugel in deinem Kopf stehe. Wissen Sie, was ich von Ihrem verstorbenen Garten gelernt habe? Und meinem Vater? Man erntet, was man sät. Wollen wir es hoffen? Das ist für Waffen. Waffen? Wo kriegen wir die her? Lass dir was einfallen. Wenn die Aktion schiefläuft, sollen meine Kinder wissen, dass ich nicht untätig zugesehen habe. Ich habe was unternommen. Wir haben einen Vorteil, wenn wir so sind, wie wir sind. Wieso? Weil niemand glaubt, dass wir die Eier haben, um die Sache durchzuziehen. Widows. Tödliche Witwen. Nur im Kino.